Hallo und willkommen zum Abikurs Geschichte. Heute beschäftigen wir uns mit dem Ende des NS-Regimes und der Situation in Deutschland am Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa. Der Zweite Weltkrieg endet in Europa am 9. Mai 1945 mit der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands. Kurz zuvor, am 30. April 1945, hat Hitler in der Reichskanzlei in Berlin Selbstmord begangen. Seine Leiche wird verbrannt und nie wirklich gefunden. Deshalb gibt es bis heute diverse Verschwörungstheorien, von wegen Hitler hätte noch gelebt und wäre nach Argentinien und hätte dort ein Blumengeschäft aufgemacht oder irgendeinen Humbug. Das ist alles eher im Bereich Verschwörungstheorien des Internets zu finden, aber im Grunde genommen ist es auch egal. Hitler verschwindet von der Bildfläche und ab diesem Zeitpunkt kollabiert Deutschland endgültig. Die Frage ist jetzt, wie sieht es denn aus in Deutschland? Zuerst einmal muss man sagen natürlich, dass der Zweite Weltkrieg unglaublich viele Tote gefordert hatte. Insgesamt je nach Schätzung zwischen 50, 60 bis 80 Millionen Tote. Die genaue Zahl werden wir nie herausfinden können. Zum einen sind sehr viele Erschießungen und Schicksale von einzelnen Personen ungeklärt. Wir wissen nicht genau, wie viele Leute wo jeweils umgekommen sind. Es gab die unterschiedlichsten Zählweisen, die unterschiedlichsten Archivmaterialien und die folgende Spaltung der Welt in Ost und West sorgt dafür, dass die Daten auch nicht vollständig zugänglich sind. Aber im Grunde genommen ist es auch egal, ob es jetzt 60, 70 oder 80 Millionen Tote sind. Die Zahl ist so unglaublich, dass es hier, das hört sich komisch an, aber wirklich um ein paar Millionen wirklich nicht ankommt. Das sind einzelne Menschenschicksale, die eine der größten Katastrophen der Menschheitsgeschichte untermalen. Und diese Katastrophe bleibt in ihrer unglaublichen Schrecklichkeit bestehen. Egal, ob es jetzt 50, 60 oder 80 Millionen gewesen sind. Ganz zu schweigen davon die Gründe, die zu diesem Krieg geführt haben, die wir in den vorherigen Videos ausführlichst untersucht haben. Nämlich, dass eine schreckliche, menschenverachtende Ideologie in die Tat umgesetzt werden sollte und auch tatsächlich in vielen Fällen in die Tat umgesetzt wurde. Von diesen Toten entfallen circa, je nachdem welche Quelle man findet, 6 Millionen Tote auf Deutschland selber. Davon sind circa 5 Millionen Soldaten. Zusätzlich sind ungefähr 11 Millionen deutsche Soldaten in den Kriegsgefangenenlagern der Alliierten. Und auch sie sind also nicht zu Hause. Bis 1950 werden circa 12 bis 14 Millionen Deutsche aus den Ostgebieten ins deutsche Kernland flüchten. Auf der Flucht vor der Roten Armee, auf der Flucht vor den Einheimischen, die jetzt die Gelegenheit nutzen zur Abrechnung für die vielfältigen Verbrechen, die Deutsche in ihren Ländern begangen haben. Eine Sache kommt nach meinem Dafürhalten in modernen Dokumentationen nicht wirklich zum Tragen. Nämlich, wo die Hauptzahl der Verbrechen stattfindet, wo die Hauptzahl der Tote des Zweiten Weltkriegs stattfindet. Und das ist in Osteuropa. Die deutsche Wehrmacht hatte unglaublich in den Ostgebieten gewütet. Alleine bei der Belagerung von Leningrad, das heutige St. Petersburg oder Petrograd, sterben weit mehr russische Einwohner und Soldaten als an der ganzen Westfront, Soldaten der Alliierten Falle. Der Großteil der Toten, man schätzt circa 20 bis 27 Millionen Tote, ist auf dem Gebiet der Sowjetunion. Diese Gewalt, die dort ausgesät wurde, schlägt jetzt am Ende des Zweiten Weltkriegs zurück auf die deutsche Bevölkerung von dort. Und sie werden aus diesen Ostgebieten vertrieben oder gehen freiwillig aus Angst um Leib und Leben. So viel zu den Toten. Man kann sich vorstellen, dass allein diese Zahlen schon von den Toten und den Kriegsgefangenen mehr als genug wären, um einen Staat, ein Volk, ein Land an den Rand des Abgrunds zu führen. Zusätzlich sind natürlich die Zerstörungen in Deutschland exorbitant. Ab 1944 hatten die Alliierten die Luftwahrheit und auch vorher schon kam es zu regelmäßigen Bombenangriffen auf deutsche Städte. Diese Luftangriffe hatten natürlich diverse Zwecke. Der eine Zweck war natürlich Vergeltung für die deutschen Luftangriffe auf englische Städte, wie zum Beispiel Coventry oder York oder auch die V2-Angriffe auf London. Aber natürlich auch war einer der Gründe, dass man dachte, wenn man jetzt die deutschen Städte zerstört, dann würde das die Moral und den Kampfkraft der deutschen Bevölkerung schwächen. Der Griff der Nationalsozialisten auf die Deutschen würde sich lockern und die Soldaten an der Front würden auch demoralisiert desertieren, versuchen nach Hause zu gehen, um ihre Liebsten zu schützen. Das hat allerdings, muss man sagen, nicht geklappt. Dazu komme ich nachher noch. Die Deutschen stehen bis zum letzten Minute hinter ihrem Führer und diese Luftangriffe brechen die deutsche Moral nicht. Auch wenn die Schäden wirklich exorbitant sind. Die Zerstörung deutscher Innenstädte oder Großstädte ist wirklich kaum zu beschreiben, so gut wie jede etwas größere deutsche Stadt wird bis zum Schluss bombardiert. In Stuttgart sind in einzelnen Stadtteilen bis zu 70% aller Gebäude zerstört und insgesamt über das ganze Stadtgebiet ca. 57,5% aller Gebäude. In Berlin oder in Hamburg, Köln sieht es ähnlich aus. Würzburg wird zum Schluss noch mal sehr stark verwüstet und da ist die Innenstadt zu ca. 90% zerstört. Die ganzen deutschen Städte sind also eine einzige riesige Trümmerlandschaft. Man kann es sich kaum vorstellen, warum diese Bombardierung dann nicht die Moral der Bevölkerung endgültig bricht, aber es gibt doch einige sehr gute Gründe dafür. Der erste Grund ist, dass der Staat bis zum Schluss, wenn man so will, Flagge zeigt. Auch in dieser Not ist die Partei und die Parteiorganisation zur Stelle, um z.B. die Bunker organisiert zu halten, die ja längst nicht für alle Personen da sind, aber die zumindest schon mal ein Gefühl der Sicherheit vermitteln. Die Nationalsozialisten organisieren auch die sogenannte Kinderlandverschickung, in der die Kinder aus den Großstädten aufs Land in Sicherheit gebracht werden sollen. Die Idee dahinter ist, dass die Erwachsenen in den Städten natürlich viel eher noch bereit sind, durchzuhalten, auszuhalten, wenn sie ihre Kinder in Sicherheit wissen, auf dem Land, wo weniger Bomben fallen. Und ein weiterer Aspekt ist natürlich, dass diese Bomben, die fallen, dieser ruchlose Gegner, der sozusagen im Schlaf über einen herfällt, in den Köpfen der Leuten eher einen Hass auf die Alliierten schürt und dafür sorgen, dass sie sagen, okay, wir müssen jetzt praktisch hinter unseren Anführern weiterstehen, hinter dem Führer und der wird uns schon durch diese lange Nacht durchbringen. Ich möchte hier noch einmal das betonen, dass man sich klar macht, trotz also dieser millionentoten Soldaten, der millionentoten deutschen Zivilbevölkerung und der zerstörten Innenstädte, stehen die Deutschen bis zur allerletzten Minute klar hinter ihrem Führer. Der Volkssturm ist da auch ein sehr gutes Beispiel dafür. Die Nazis werfen am Schluss noch einmal sozusagen die letzten Reserven in die Schlacht. Und was sind denn die letzten Reserven? Die letzten Reserven sind Hitlerjungen, also Jugendliche unter 18 Jahren, die eigentlich noch gar nicht für die Armee herangezogen werden sollen, Kindersoldaten, denen man ein MG in die Hand drückt und sagt, so, ihr haltet jetzt davon die amerikanischen Armeen auf und die Sowjetarmee auf, die da mit Panzern anrücken und hier kriegt ihr ein Gewehr und eine Panzerfaust und versucht halt mal, Glück, ihr werdet das schon schaffen. Zusätzlich werden noch die ganzen Alten, also alle, die eigentlich vorher zu alt für den Kriegsdienst angesehen wurden, noch einmal als letzte Reserve in die Schlacht geschickt. Eine Tat, die nur noch absolute Verzweiflung ausdrückt, beziehungsweise absoluten Fangatismus ausdrückt, so nach dem Motto, jetzt werden alle untergehen. Und auch wenn es natürlich einzelne Widerstandsgruppen da gab, die ich ja in einem vorherigen Video schon behandelt habe, ist es zum Beispiel auch das Militär nicht, die hier diesen, einen Staatsstreich durchführen und zum Beispiel den Führer zu ersetzen. Die Militärs, die ja klar sehen, dass der Krieg verloren ist. Vor allem, weil es ja nach dem Zweiten Weltkrieg diesen Mythos gibt, dass ja eigentlich die Wehrmacht der saubere Teil des Regimes gewesen wäre und die ganzen Verbrechen eigentlich noch von Hitler, Himmler und Goebbels verübt worden wären, vielleicht noch mit ein paar SS-Leuten dazu. Aber auch hier möchte ich noch einmal auf das verweisen, was ich vorhin schon gesagt habe. Die deutsche Armee hatte so unglaubliche Verbrechen auch begangen in ganz Europa. Zusammen mit der SS natürlich, aber auch die deutsche Armee war längst nicht unbefleckt gewesen. Diese unglaublichen Verbrechen sorgen dafür, dass wir von Zeitzeugen die Aussage haben, so sinngemäß, wir müssen diesen Krieg gewinnen. Wenn wir nämlich nicht gewinnen und die anderen sehen, was wir angerichtet haben, dann wird Deutschland untergehen, dann werden wir vernichtet werden und einige sagen auch, durchaus zu Recht wird Deutschland von der Landkarte verschwinden. Also hier sorgen diese unglaublichen Verbrechen dafür, dass auch der Generalstab, wenn man so will, in Nibelungentreue, wie es ja die Nazis so gern ausgedrückt haben, bis in den Untergang, neber Hitler steht. Und erst als Hitler Selbstmord begeht und damit sein Griff endgültig endet, strecken seine Nachfolger dann die Hand aus, sozusagen, indem sie die vollständige bedingungslose Kapitulation anbieten. Hitlers letzter Befehl, und das zeigt noch einmal diese unglaubliche Ideologie, diese menschenverachtende Ideologie, ist, dass alle letzten Ressourcen, die Deutschland zur Verfügung stehen, die noch nicht durch die Bombenanschläge vernichtet worden sind, also Eisenbahnstreiken, Lager oder Vorräte oder sowas, das alles vernichtet werden soll. Das deutsche Volk halte sich nämlich im Kampf der Völker als zu schwach erwiesen und deshalb muss es jetzt untergehen, soll es unterleben. Es hat es nicht verdient zu überleben. Die ganzen Guten wären ja schon vorher im Krieg gefallen. Diese Anweisung Hitlers wird Gott sei Dank nicht mehr ausgeführt. Hier, das ist so der allerletzte Punkt, wo dann sogar seine Lakains Grubel kriegen und hier nicht diesen Befehl ausführen. Das ist so eine der, wenn man so will, der einzigen größeren Verweigerungen von Hitlers Befehlen, die bis zum Schluss da sind. Auch der Befehl, Paris dem Erdboden gleich zu machen, wird von dem deutschen Stadtkommandant auf dem Rückzug nicht mehr ausgeführt. Und diese Radikalität, diese Bereitschaft bis zum Schluss auch die Kinder und die Alten und Kranken in die Schlacht zu werfen gegen einen Gegner, wo man weiß, dass er schon gar nicht mehr zu besiegen ist, diese absolute fanatische Radikalität ist vielleicht auch ein Grund dafür, dass die Alliierten bis zum Schluss die Bombenangriffe aufrecht erhalten. Sie wollen keinen Zweifel daran lassen, dass jeglicher Widerstand hart bestraft wird. Und vielleicht ist das auch ein Baustein, den wir hier berücksichtigen müssen. Die Alliierten, vor allem die Amerikaner, die Engländer und die Sowjets, hatten sich bereits vorher schon darauf verständigt, dass Deutschland besetzt werden solle nach dem Sieg. Vor allem, weil natürlich, wie auch die Alliierten sehen, bis zum Schluss der Griff der Nationalsozialisten so unglaublich stark ist auf die Bevölkerung. Die Alliierten besetzen jetzt Deutschland mit den Besatzungszonen, wenn man so will, die Sowjets, die Briten und die Amerikaner. Die Amerikaner treten einen Teil ihrer Besatzungszonen an Frankreich ab. Damit ist Deutschland vollständig besetzt. Die staatliche Gewalt ist, wenn man so will, untergegangen. Die Alliierten haben gesiegt. Wie es jetzt weitergehen wird mit dem Deutschen Reich, das erfahren wir in den zukünftigen Videos. Bis dahin, gute Zeit.